Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's testen auf diesem Kanal. Heute spielen wir... Rayblade! Das soll eine Art Dark Souls Spiel sein. Ein Dark Souls-eskes Spiel. Kostet 35 Euro bei Steam. Ist jetzt am 20. April rausgekommen, also vor ungefähr einer Woche. Ihr könnt ja zwischen zwei Charakteren wählen. Einmal männlich und weiblich. Auch wenn man das nicht wirklich kennt. Aber rechts ist weiblich. Man kennt es an den Brusten. I guess. Aber wir nehmen den männlichen mit einer weiblichen Stimme, weil die männliche Stimme... ...ist mir ein bisschen zu tief und so tief kann ich auch gar nicht sprechen. Da finde ich weibliche besser. Und wir spielen auf ganz normalen Schwierigkeitsgrad, weil ich bin nicht der beste Dark Souls Spieler, möchte ich sagen. Ich habe zwar Dark Souls 1, 2, 3 durchgespielt. Aber zum Beispiel in diesen Playstation Titel... Wie hieß der nochmal? Wo man kein Schild hatte. Dabei habe ich schon wieder vollkommen abgekackt. Und Elden Wing habe ich noch nicht mal angefangen. Und in den Dark Souls Spielen habe ich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen gekäset. Heißt, ja, mal gucken ob ich hier klarkomme oder nicht. Aber ich finde schon mal gut, dass man überhaupt einstellen kann, ähm, was für eine Schwierigkeit man haben möchte. Äh, die Story habe ich jetzt einfach mal übersprungen, die könnt ihr woanders angucken. Es ist so, dass wir glaube ich in einem Krieg oder sowas waren und dann hat uns irgendein Stein in die Brust getroffen. Den sieht man da auch gerade. Wir sind allerdings nicht gestorben und haben unser Gedächtnis verloren. Aber man kennt es aus anderen RPG-Spielen. So, von der Grafika finde ich es eigentlich ganz cool. Story ist eher Nebensache, würde ich sagen. Es ist eher so World-Building. Aber das kriegt man ja auch meistens mit, wenn man so nicht die, huh, schön vertonte Story mitkriegt. Also, vertont ist es auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz cool. Es ist übrigens ein Spiel aus Deutschland. Das ist ja schon mal ganz, ganz nice. Aber wer hätte das gemacht? Ich kam raus. Ich kann nicht helfen, dass ich mich sehr hilfreich bin. Ich habe übrigens eine Karte von dem, wie das alles hier aussieht. Von dem Tal. Es ist bisher noch eine kleine Karte, aber ihr seht schon, es ist... Wohl, so groß ist das vielleicht gar nicht. Aber vielleicht sind wir auch nur in diesem Mini-Gebiet hier gerade. Vielleicht gibt es nur diese fünf Gebiete. Das weiß ich leider nicht. Schauen wir mal. Wir testen das ja heute auch nur an und gucken, ob uns das dann vielleicht Spaß macht. Und wenn es uns Spaß macht, dann können wir es vielleicht mal etwas länger spielen. Aber ehrlich gesagt, möchte ich glaube ich Elden Wingen dann sogar, bevor ich das hier spiele, dann auch Let's Playen. Aber da weiß ich auch nicht. So, hier haben wir eine Herzbeere gefunden. Es nervt mich übrigens jetzt schon, dass sie die ganze Zeit redet. Klar, wenn man alleine spielt, dann ist das vielleicht ganz cool, dass alles vertont ist. Aber für so einen Let's Player ist das schon ein bisschen abgefuckt. So, diese Herzbeeren sind auf jeden Fall, so wie die Escus Flask bei Dark Souls. Und hier haben wir auch unser erstes Schwert. Ein röstliches Schwert allerdings, das noch nicht so viel drauf hat. Man kann einen leichten Angriff machen, man kann einen schweren Angriff machen. Hier hinten gab es glaube ich sonst gar nichts, außer einer neuen Waffe. Dafür aber eine ganz coole Waffe, wie ich finde. Nämlich einen Unklapp. Yeah! Kann man die Waffe wechseln. Muss nicht mal in das Inventar gehen dafür, auch sehr cool. Und damit können wir quasi home runen. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, deswegen kann ich euch jetzt im Schnelldurchlauf erzählen, was hier alles abgeht. Quasi der Goldene Orden und alle, die eigentlich in dieser Welt so das Sagen haben. Die wurden hier alle umgebracht auf spartalische Art und Weise. Finde ich übrigens sehr cool, was die so anhaben. Hier. Der Rote, der hat doch so eine geile Rüstung an. Wie konnte der sterben? Das war mein Held. Mein Kindheitsheld. Ich hoffe ich kriege so eine Rüstung auch noch irgendwie. Obwohl unsere Rüstung natürlich auch nicht so doof aussieht. Oh, ich glaube wir haben sogar was Neues bekommen. Hörschelm? Ja, ein Hörschelm. Cool. Fand ich vorher cooler. Aber als Hörschelm sehen wir natürlich männlicher aus. Und männlich muss man sein, damit man Baseball spielen kann. Ja, ja. So, man würde vielleicht denken, dass hier ist ja ein Lagerfeuer. Könnte ja sein, dass man hier dann quasi rastet und seine Seelen... Oh, ich weiß gar nicht, ob es Seelen gibt, Leute. Aber ist nicht so. Nicht das Lagerfeuer ist unser Bonfire, sondern hier so ein komischer Lebensschrein quasi. Hier wird man dann immer wieder zurück teleportet, wenn man denn sterben sollte. Werde ich natürlich nicht, weil ich bin ein Profi. Und man kann den so oft anwählen, wie man möchte. Und dann kommt immer wieder so ein kleines Feuerwerk. Yay! Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Erinnert ein bisschen an Ori at the Blight Forest. Da, wo man die ganzen Fähigkeiten herbekommt. Ach, es sollte übrigens auch so, wo ich gerade von Ori rede, so ein bisschen ein Metroidvania sein. Das heißt, wahrscheinlich wird man ein bisschen in der Welt hin und her laufen müssen. Also mit Backtracking etc. Pflastergras, nice. Weil man vielleicht an Orte dann später kommt, an die man jetzt vielleicht noch gar nicht so direkt hinkommt. Also Metroid... Oh, das ist unser erster Gegner. Metroidvania heißt ja, man kriegt Fähigkeiten und kommt so dann weiter. What a bother. What a bother. Aber ich finde cool, dass das alles synchronisiert ist. Leider nur auf... Englisch, soweit ich weiß. Oh, scheinbar auch auf Lateinisch und Spanisch. Ich finde sie so ein bisschen keck, wie sie redet. Das könnte mit der Zeit noch ein bisschen nervig werden. Genau das. Aber für den Anfang ist das vielleicht ganz nett. Gut. Kommen wir zur Kampfmechanik. Ihr seht schon rote Angriffe. Die muss man parieren. Ne, ausweichen. Mit B. So, und da haben wir nämlich die Brücke zu Straight Lights, was wir ja neulich auch gespielt haben. Wo man auch auf die Farben achten musste, die die Gegner so haben. Und dementsprechend... Oh, das war sehr früh. Agieren musste... Alter, okay. Ich hab's grad noch nicht so drauf, weil der einfach in Zeitlupe angreift. Wow. Cool. Oh, X. Bam. Okay, das hatte schon Wumms. Achso, da wird's noch eine zweite Mechanik geben. Also genauso wie bei Straight Lights eigentlich. Außer, dass das Spiel hier vielleicht noch ein bisschen besser aussieht. Und eine farbenfrohere Welt bietet. Also ich glaube ich wird dieses Spiel, auch wenn ihr jetzt noch nicht so viel gesehen habt, tatsächlich auch Straight Lights vorziehen. Äh, okay, der sagt jetzt noch mal, dass man mehr Energie zurückbekommt, wenn man im richtigen Moment besser ausweicht. Zack. Jaja, greif euch an. Los, greif an! Uah! Okay, ja gut, das war halt gar nicht ausgewichen soweit. Aber jetzt! Und dann kriegt man Energie zurück und dann kann man auch besser angreifen. Ihr seht oben links meine Energieleiste. Das ist diese grüne Leiste. Alter. Das ist sauschwer, wenn man red... Oh Gott, ich sterb einfach. Wenn man reden muss... Ah! Und gleichzeitig kämpfen muss. Ich schwöre, als ich... Ich sterbe halt einfach. Ich bin halt wirklich tot. Als ich das mal ausprobiert habe, bin ich kein einziges Mal gestorben. Oh, aber jetzt sehe ich auch mal den Finisher von den Gegnern. Das ist ja auch nicht schlecht. Das never happens before! I swear! Scheiße. Oh, aber die Zeit ist jetzt anders. Guck mal, es ist jetzt dunkel geworden. Ist ein bisschen Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal hier waren. Ja, ja. Cool, cool. Okay, aber diesmal kriege ich den Tod. Ich glaube, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil mein Schwert... Ha! Guck, jetzt habe ich es auch drauf. Hä? Aber eben hatte ich die doch auch mal gestunnt. Das verwirrt mich gerade ein bisschen, dass die... Ah! Ah! Dass die nicht gestunlockt werden. Diese Attacke ist ja wohl auch richtig fies. Wo die einfach in Zeitlupe in der Luft sind. Oh Mann, aber das habe ich auch schon... Guck, diesmal war er gestunlockt. Bei Straightlights habe ich auch schon gezeigt, dass ich nicht so... Da! Finisher! Mach den Finisher! Bam! Diesmal habe ich dich gestreichelt. Tot gestreichelt habe ich dich. Ah, das ist gleich der nächste Gegner. Ich muss sagen, das Kampfsystem finde ich hier schon um einiges besser als bei Straightlights. Ähm... Es ist halt die Frage... Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen Souls-like-ig. Aua. Allerdings finde ich es vielleicht ein bisschen komisch, wenn... Später kommt halt auch noch so eine Parierfunktion. Und dass man das quasi machen muss, um den Gegnern überhaupt Schaden zu machen. Das finde ich immer ein bisschen komisch, weil dann wird man gezwungen zu einer... Zu einer... Ah, ich kann mich auch heilen! Sehe ich gerade. Ich kann ja diese komischen Bären essen. Wieso habe ich das eben nicht gemacht? Richtig dumm. Ähm... Genau, man wird gezwungen zu einer Spiel... Weise... Um den Gegner... Oder um weiterzukommen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Das haben die bei Dark Souls besser geregelt. Da konntest du halt, wenn du willst, mit einem Schild arbeiten und einfach alles tanken. Oder du konntest einfach ausweichen mit einer Rolle oder so. Oder dich um den Gegner rumwinden. Oder halt angreifen, wie du willst. Und hier ist das halt anders. So, und jetzt versuchen wir mal die Schmiede aus. Da haben wir nämlich eine schöne Militär-Langschwert-Blaupause gefunden. Und dafür brauchen wir vier Eisenstangen, sieben Riemen und so weiter. Haben wir zum Glück alles. Knochenstaub. Ich glaube, das ist das Pendant der Seelen. Guck, hier arbeiten die Helden doch selber und lassen nicht irgendein Schmied das machen. Wir sind ja ein Alleskönner. Und damit ist unser rostiges Schwert jetzt zu einem richtigen tollen Großschwert geworden. Vielleicht ein paar mal zu oft mit dem Hammer drauf gehauen, weil da überall diese kleinen Dellen drin sind. Aber es ist auf jeden Fall stärker als das, was wir bisher hatten. Da hinten ist schon wieder der nächste Gegner. Aber das hier ist doch... Hä, hier kann man doch locker irgendwas noch finden. Oh, hier ist noch was. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ich springen? Ja, ich kann springen. Ha! Ich bin der Meister der versteckten Sachen-Findungs-Zeug. Hier hinten auch noch irgendwas. Das sieht so aus, als wenn es hier auch noch was gäbe. Tatsache. Was ist das? Ein Kübel. Cool. Ach, nur einsammeln. Oh, ich dachte wir können den jetzt aufheben und kaputt machen. So Zelda-Style. Und anscheinend haben wir einfach eine neue Farbe gefunden. Genau, das ist auch ganz cool. Man kann seine Farben ändern, wie man will. Was für ein Player man ist. Wir haben jetzt gerade Beige gefunden. Ja, passt zu unserem Hörgeweih-Dings, ne? Ja, nehmen wir mal. Cool. Guck mal, jetzt sehen wir schon viel cooler aus. Jetzt haben die Gegner viel mehr Angst vor uns. Da hinten war doch noch einer. Hallo! Ich glaube, genau, jetzt kriegen wir die blauen Angriffe gezeigt. Das sind die Parierangriffe. Und ihr seht schon, also man muss nicht so ganz viel darauf achten, wie bei Straightlights. Y ist das? Okay. Äh, dass man halt immer die Farbe wechseln muss. Sondern man muss einfach nur achten, greifen die jetzt... Uh! Ich habe pariert. Mit einer blauen oder einer roten Attacke an. Und dann kann man die richtig krass zerschnetzeln einfach. Also das Kampfsystem finde ich schon cool. Es ist vielleicht ein bisschen stressig, weil man halt immer auf diese Farben achten muss. Aber das habe ich ja eben schon alles gesagt. Hier haben wir noch so eine komische Herzbeere. Das finde ich auch ganz interessant gelöst. Also ich kann die jetzt nicht mitnehmen, weil ich halt noch meine eine Herzbeere unten links habe. Aber man findet die halt hier in der Welt einfach immer. Man muss also nicht sich an sein Schrein setzen, um seine Herzbeere aufzufüllen. Ich glaube, da werden die aber auch aufgefüllt. Sondern man findet die auch in der Welt quasi. Oh nein, gleich zwei auf einmal, sagste. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Äh, was war... Blau war... Parieren, ne? Und Rot war... Ah, viel zu spät. Ne, viel zu früh. Ich mache das immer zu früh. So, pariert. Zack. Zack. Und... Finisher. Finisher. Das ist... Also diese Finisher finde ich richtig cool. Das sollte Dark Souls vielleicht auch mal einführen. Weil... Aua. Die wirken schon sehr cool. Bei Dark Souls... Wieder zu früh. Ich mache das immer... Wow! Zu früh. Immer, immer, immer. Es ist so doof. Äh... Bei Dark Souls gibt es natürlich diese von hinten angreifenden Dinger. Dass man einfach sein... Schwert in deren Rücken rein sticht. Das ist auch ganz cool. Wow! Der hat einfach... Pfeil und Bogen. Warum müssen das denn immer zwei auf einmal sein? Aber das ist auch schon wieder Dark Souls mäßig. Also ich muss jetzt so viel von Dark Souls reden. Weil es natürlich ein... Oh, ich sollte mich vielleicht mal heilen. Äh... Ein mehr oder weniger... Na ja, Klon will ich nicht sagen. Aber eine Abwandlung davon sein will. Muss es sich halt auch damit vergleichen lassen. Zack, zack. Boah, ich kann so schnell angreifen. Das ist vielleicht ein bisschen zu OP. Kann sein, dass man weniger Energie hat, wenn man einen schwierigeren... Das ist ja jetzt gemein hier. Au! Äh... Schwierigkeitsgrad hat. Dass ich dann nicht die ganze Zeit meine Angreifer hier spammen kann. Weil gerade ist das schon... Hä? X? Ich hab doch X gedrückt! Willst du mich komplett verarschen? Weil gerade kann ich einfach spammen und die sind tot. Ist natürlich noch der Anfang. Kann sein, dass die noch... Äh... Sehr einfach sind hier am Anfang. Und ich hab schon wieder eine Beere bekommen. Krieg ich die nach jedem Kampf? Äh... Müssen wir mal drauf achten. Das... Kam mir jetzt komisch vorbei. Ich hab sie doch eingesetzt, oder nicht? Gleichgewichtsleiste. Dann ist das so ein bisschen wie bei Sekiro. Muss ich auch noch spielen. Ich hab so viele Spiele, die ich mir alle gekauft hab. Zum Vollpreis vor allem. Und dann nie gespielt hab. Äh... Wenn die Gleichgewichtsleiste so weit fällt, dass die Traumelanzeige getroffen wird... Zum Taumeln gebracht. Okay. Also das hat nichts mit Parieren oder so zu tun, sondern... Wenn man die einfach oft genug trifft... Äh... Warte, das war... Blau. Oh, der hat richtig viel abgezogen. Holy shit. Los, komm wieder her! Du... Wölfchen! Ne... Oh, ich hab's nicht drauf. Aber der hat ja gar keine Reichweite. Oh, rot! Rot! Okay, bei rot kann man tatsächlich nur ausweichen. Ah! Oder auch nicht. Er taubelt! Blau! Und... Finish a move! Nice! Was bringt mir der Level-Aufstieg, ist die Frage. Du bist ein Level aufgestiegen. Fertigkeitenbaum. Aha! So haben die das mit dem Metroidvania gelöst. Man kriegt die nicht in der Welt, sondern man kann sich... im Fertigkeitenbaum verbessern? Oder vielleicht sogar beides. Aber das ist ja ganz schön viel hier. Und anscheinend gibt's auch ein Waffensystem. Merke ich hier gerade. Also je öfters du eine spezielle Waffe benutzt, umso mehr levelt die auf. Ah, das ist cool. Und dann kriegt man auch neue Fertigkeiten genau für diese Waffe. Ähm... So, jetzt haben wir natürlich Schwerte. Es gibt es dann wahrscheinlich auch noch... Leichter Angriff, Verbesserter, Schwereangriff, Spezialangriff. Was noch? Gesundheitsaufwertung, Energieaufwertung, Herzbärenvorrat. Herzbärenvorrat ist, glaube ich, das allerwichtigste. Okay, ich habe jetzt aber da unten aus der Leiste irgendwas genommen. Ich glaube, ich kann jetzt zwei Herzbären tragen. Aber... Ah, aber man kann auch an den äußeren Rand hier gehen. Was gibt's denn hier alles? Ah, das ist mein spezielles Militär-Langschwert. Das könnte ich verbessern. Äh... Ist das dann für alle Langschwerter? Weiß man auch nicht. Kann den leichten Angriff erhöhen. Etc. Was ist diese komische Katze? Synchronisation. Fernstreffer erzeugen zusätzliche Synergie. Was auch immer das bedeutet. Aber aufleveln scheint dann auch ein bisschen wichtig zu sein. Können wir uns an den anschleichen? Ah ja, Hinterhaltsangreif. Langsam von hinten, indem du LS leicht bewegst. Okay. Können wir den dann backstabben? Das wäre natürlich richtig cool. Mh... Ne. Aber einen schweren Angriff könnte... Oha! Oha! Voll aufgespießt! Und das hat ihn nix ausgemacht. Boom! Vielleicht macht es dir ja was aus, wenn ich dich von vorne aufschlitze. Okay, ich glaube... Das waren... Das war das Tutorial. Wow! Hä? Okay, Backstabbing geht's also auch. Es geht vielleicht nicht im Kampf selber? Eine edle Tracht haben wir gefunden. Aber geht auch. Nice, nice, nice. Es gibt ganz viele Sachen zu farmen. Das ist irgendwie auch dieser Genshin Impact. Impact. Genshin Impact, Impact. Dass man überall hinterherlaufen muss, was glänzt und funkelt. Und alles einsammeln will. Das ist für mich der Genshin Impact, Impact. Ach ja. Aber halt... Das einzig doofe ist, man kann nix kaputt machen. Man kann keine Fester kaputt machen. Man kann keine Truhen kaputt machen. Das macht doch Dark Souls gerade aus, oder nicht? Richtig sad, Leute. Also da haben die Entwickler auf jeden Fall Potenzial verschenkt. Möchte ich mal meinen. Verschlossenes Tür. Rätsel, Leute. Rätsel gibt's auch in diesem Spiel. Das wird ja immer besser. Ja, also es wird hier irgendwas mit Strom zu tun haben. Wir sehen, hier fehlt ein Ochsenkopf. Vielleicht ein Stierkopf oder so. Da ist er schon drin. Komm, hier können wir nochmal schmieden, wenn wir wollen würden. Ist das... Ne, ist eine andere Schmiede. Oh, da hat mich einer gesehen. Yo, was hast du denn für eine coole Axt? Die will ich auch haben. Warte, der greift mit... Ne, der greift mit beiden Dingern an. Jetzt taumelst du, ne? Gleich taumelst du und dann bist du fast tot. Zack, zack. Rot. Oh, rot war... Rot war das andere. Ich hab mich wieder nicht geheilt. Auweia. Übertreib doch nicht. Bin schon tot. Und er knibbelt noch weiter auf mich ein. Ah, da hat aber jemand einige Aggressionen in sich. Mit dir hab ich noch ein Hütchen zu rupfen. Warte, warte, warte. Ich warte. Ich muss dich erstmal anvisieren. Du kannst mich doch nicht angreifen, bevor ich... Der macht richtig viel Damage. Heil dich. Oh Gott. Warum ist der so stark? Das ist einfach ein Mini-Endboss. Ich kann mich nicht mehr heilen. Oh Gott. Stimmt, gibt's Endbosse? Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Rot ist ausweichen. Blau ist pariert. Zack. Hab dich pariert. Oh Mann, ich weiß deine Angriffe nicht. Ich bin da schon wieder tot. Bitte geh doch einfach weg. Ah, pariert. Nochmal. Ne, nicht pariert. Ich dachte ich hab pariert, aber ich hab gar nicht pariert. Der ist ja wild. Ich bin einfach fast gestorben, nur weil ich da runtergejumpt bin. Toll, da ist meine erste Beere schon weg. Naja. Alle guten Dinge sind drei. Und ich glaube hier vorne war ja auch noch eine weitere Beere. Okay, dann ist das... Ist das ja nur halb so schlimm. Ich wär immer fast gestorben, bevor ich überhaupt bei... Bei meinem Nemesis-Typen hier bin. Ich hätte mich einfach an ihn anschleichen sollen, merke ich gerade. Warum hab ich denn auch kein Schild? Ich hab richtig Probleme beim Spiel, wo ich kein Schild habe. Mann, ey. Okay. Los, komm her. Diesmal achte ich, was du tust. Blau, blau war... Parieren, genau. Das muss ich auch erstmal drauf haben. Parieren! Ich hab doch pariert nur... Nee, 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 nee. Heilen. Weil der zieht einfach die Hälfte meiner Leben, ob wenn er mich nur einmal trifft. Parieren! So, aber jetzt! Hab ich dich doch pariert. Okay, ausweichen. Hab sogar Energie zurückbekommen. Jetzt! Ist er tot? Jetzt sag ich doch. Alle guten Dinge sind drei, Leute. Chillt mal. Ne Eisenstange. Oh, ich hätte so gerne seine Waffe jetzt einfach mitgenommen. Die war schon ganz schön cool. Okay, aber wir haben ja eine neue Blaupause. Die edle Tracht. Brauchen wir noch ein Rüstungsteil. Guten Tag, ich bin der Dizzy. Einige nennen mich auch Farren. Sie können mir gar nix. Haben Sie bitte ein Rüstungsteil für mich. Ich prügel dich durch die Wand. Aber der hat einfach gar keinen Loot. Doch, 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 da ist irgendein Loot. Ja, er hat ein Rüstungsteil. Das ist ja ein Zufall, dass das genau so passt hier. Okay, wir fertigen erstmal die edle Tracht an. Bing! Das ist bestimmt nicht zu laut hier, oder? Wenn ich hier ein bisschen rumhaber. Das hören die Gegner bestimmt nicht. Ah ja, ja, cool. Also da warten wir anscheinend noch gar keine Rüstung für unsere Schultern. Und Schulterrüstung ist richtig wichtig, Leute. Da schlagen die Leute immer ganz doll rauf. Krallen und Zähne brauchen wir. Da müssen wir natürlich irgendwelche Tierchen wieder kaputt machen. Aber so ein Speer ist wahrscheinlich auch cool. Dann kann man die Leute schön auf Abstand halten. Oh, ich fände es auch richtig cool, wenn es später vielleicht noch irgendwie Magie gäbe oder sowas. Das fand ich auch immer ganz witzig bei Dark Souls. Also so als, ähm, als Synergie zu meinen anderen Waffen. Das sind gleich zwei Gegner auf einmal. Wollen wir gucken, ob wir die von oben angreifen können? Mit so einem Downheap? Uah! Okay, es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht! Leute, ich wollte doch nur was testen. Chillt doch mal. Das ist schwach, dass das nicht geht. Warte, warte, warte! Pam! Pam! Aber es ist zumindest einfacher, wenn beide, äh, Nahkamp sind. Oh! Sagt der und wird getroffen. Kann ich gar nicht parieren, wenn meine Energie leer ist oder was? Das kann sein. Deswegen fail ich, glaube ich, die ganze Zeit. Zack! Deswegen ist das auch wichtig, zu parieren, damit man halt die ganze Zeit... Ich kann den einfach nicht finishen. Was ist denn da los? Deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass man die auch pariert, damit man halt permanent im Kampf geschehen ist. Oh! Nächster Held und ich bin schon wieder tot. Aber das kriegen... Gehen wir doch hin! Das kriegen wir doch hin! Das kriegen wir doch hin! Oh! Eins! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah! 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 Juhu! Was hat der für ne Coole! Der hat einfach zwei Meter in die Luft gesprungen, um mich zu töten! Mit Style! Boah! Mir gefällt das Spiel! Hä? Schieselminizzel! Also bisher kann ich's empfehlen. Ich find's cool, dass ich die ganze Zeit sterbe. Find ich richtig witzig. Boah! Guck mal! Die Beere ist weg! Ich hab sie nicht nochmal eingesammelt. Heißt, man kann sie nur einmal abernten. Zumindest für ne gewisse Zeit, bis sie wieder nachwächst oder so. Hier, will ich jetzt wirklich nochmal gegen dich kämpfen? Warum bleibt der nicht tot? Dann war das wohl doch kein Boss, hä? Weil Bosse bleiben doch eigentlich tot! Hm... Vielleicht... Sollte ich... Gar nicht versuchen... Immer allen... Alles zu parieren. Also klar, dann bleibt man... Im Kampf drin... Und behält seine... Oh mein Gott. Behält seine Energie. Aber ich glaub vielleicht... Ah, ich hab die falsche Taste gedrückt. Es ist manchmal schlauer... Einfach auszuweichen. Statt die zu parieren. Zack! Scheint... Hallo, das ist voll schwer, diese Attacke auszuweichen! Ah, jetzt bist du aber tot. Oh, man kann sie auch während des Kampfes backstabben! That's good to know! Zack! 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 Come on, du hattest so wenig Leben! Das ist aber auch Classic Dark Souls. Man will den letzten Hit noch ausballern und stirbt deswegen. Tag 7 in dieser schlimmen Welt, wo ich schon fünfmal gestorben bin. Okay, jetzt aber mal... Ehrlich. Bam! Jetzt bin ich im Abenteuer-Modus! Zack! Hey, guck! Manchmal ist das voll einfach, manchmal nicht! Diesmal hat er ja gar keine Schnitte gegen mich! Ähm... Bevor wir hier jetzt alles erkunden, folgen wir einfach mal dem komisch-witzigen Leuchte-Ding. Da vorne ist es. Demo-how! Ach, da unten! Da unten ist mein komisches Lichtwesen. Dann kriegen wir vielleicht jetzt eine neue Fähigkeit, dass wir... Irgendwas mit diesen... Äh... Magischen Dings machen können! Neuer Gegner! Irgendein Krabbenviech! Äh... Okay! Hi! Also es gibt zumindest auch einige verschiedene Gegner. Dann verstehe ich die... Eine... Uh! Äh... Bewertung nicht. Auf Steam. Da meinte nämlich einer, die Gegner... Wären... Oh! Würden sich immer... Gleichen und sowas. Aber ist ja gar nicht so. Klar, sie gleichen sich darin, dass man die vielleicht ähnlich besiegen muss. Aber die haben ja trotzdem ihre eigenen Kampfmuster und sowas. Sehen auch anders aus. Verstehe ich dann nicht. Gut, ach! Da haben wir unser komisches Teil! Dann können wir endlich das Rätsel lösen und gucken, was hinter der coolen, großen Tür sich verbirgt. Und hinter dieser Tor... Hier sind irgend so ein Tempel drin, wie es aussieht. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne noch einen Boss sehen. Irgendwie muss es hier ja wohl Bosse geben, sonst wäre das ja kein Souls-like. Sieht das da unten wie ein Boss aus. Er sieht zumindest groß aus. Aber wo ist denn meine Nebelwand? Ja, komm. Let's go! Was bist du für ein Viech? Ja, genau! Okay, kriegen wir doch hin! Große! Gegner! Finde ich immer richtig gut! Wua! 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 Da ist meine Energie weg! Alles klar! Er scheint ein bisschen dämlich zu sein! Hallo? Er hat instant vergessen! No talk me! I'm angry! Du hast mich zweimal getroffen! Ich bin jetzt sauer! Hallo! Bist du komplett wack? Was ist denn mit ihm? Hat er jetzt wieder drauf, dass ich da bin? Ja! Ja! Hey! Was ist mit ihm? Okay! Das ist ein sehr schlechter Abschluss für dieses Spiel! Hahaha! Mann! Hey! Was? Gut! Er hat sich in die Wand reingeglitscht! Cool! Cool! Und er weiß auch nicht, dass ich hier bin! Wie mir scheint! Wahrscheinlich töntet er mich gleich trotzdem, weil er mich trotzdem irgendwie hittet! Ja! Ich glaube, der ist kaputt! Okay! Er kann mich trotzdem hitten! Das wollte ich einmal wissen! Hast du mich jetzt wieder auf dem Schirm? Ja! Okay! Ich habe ihn heil gemacht, Leute! Extra für euch! Damit das hier noch ein bisschen spannend wird! Ah! Aber bis... Bis zu diesem Zeitpunkt... Uh! Lief das Spiel ja eigentlich soweit ganz fresh! Rot! Oh! Ah! Fast tot, fast tot! Heil dich, bevor er nochmal angreift! Okay! Eins! Zwei! Tot! Gwar! Das war ein Gwar! Aber scheint... mehr oder weniger ein normaler Gegner zu sein, der einfach nur ein bisschen größer war als die anderen! Alright! Immer noch kein Boss! Ich kann euch doch nicht aus diesem Video rauslassen, ohne euch einen Boss gezeigt zu haben, oder was? Ah! Das ist der Typ von dem... Von dem... Von dem Cover! Von dem Spielcover! Oh! 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 Ja! Ja! Oh! 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 Ich bin sicher, dass du dich fernst, um deine Spiele zu starten und ich werde dich nicht behalten. Erinnern, der Fiend hinter dem Garten ist dein Ziel. Boji, aus! Die Könige in dieser Welt töten, was in dieser Welt halt Hirsche sind, oder was? Zumindest der erste Boss scheint irgendwie so eine Art Hirsch zu sein. Aber da kommen wir erst hin, wenn wir hier weiterkommen können. Der hat aber, scheint dann doch noch ein bisschen länger zu sauren, bis man überhaupt den ersten Boss sieht. Von dem her würde ich sagen, so als kleines Letztest in dieses Spiel wird das erstmal lang. Ihr habt einen kleinen Einbring in dieses Spiel bekommen. Ich finde es tatsächlich ganz nice gemacht, vor allem weil es halt ein deutsches Spiel ist. und man da vielleicht nicht so ganz viel erwarten kann, ist es doch schon echt gut geworden. Also ich kann es empfehlen, ob das... Ja doch, 30 Euro ist auch in Ordnung, oder? Das ist schon ein fairer Preis. Je nachdem, wie lang das ist. Aber wenn das so ähnlich lang ist wie ein Dark Souls 1 zum Beispiel. Wobei das ja auch auf einen selber drauf ankommt, wie lang so ein Spiel jetzt geht oder nicht. Kann man mit 30 Euro hier, glaube ich, einiges erfahren. Kampfmechanik finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Worldbuilding, auch mit diesem Boji jetzt. Der hat jetzt nochmal eine kleine Würze da reingebracht. Finde ich auch recht nice. Also ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall noch weiterspielen werde. Wenn ihr da auch Lust zu habt, könnt ihr ein Like da lassen und vielleicht einen Kommentar. Auch wie ihr dieses Spiel fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und... Bye, bye! Bye, bye!